Hallo meine Freunde, ich bin Hasadra und bei Ghost Recon Breakpoint erwartet uns am 9. November ein ziemlich geiles Update. Was da alles genau drin ist, habt ihr vielleicht schon auf ghostrecon.com gelesen, aber ich zeige euch hier die wichtigsten Neuerungen anhand von Gameplay. Bei mir dreht sich übrigens alles um Ghost Recon, aktuell sehr stark Ghost Recon Breakpoint Immersive. Lasst mir auf jeden Fall euer Abo da, wenn ihr davon nichts verpassen wollt. Jetzt aber zum Gameplay. Los geht's! Da wären zunächst einmal die Welteinstellungen und hier gibt es einige Einstellungen, auf die viele Spieler gewartet haben. Wir können ja Events auch nach den Events nochmal neu erleben, nochmal spielen, aber das war immer ein bisschen witzlos, weil der Weltstatus sich ja nicht geändert hat. Das können wir hier in den Welteinstellungen ändern, denn hier können wir die Terminator Patrouillen und die Outcast Präsenz in der Spielwelt aktivieren. Wir können nur entweder Terminator oder Outcasts in die Welt bringen, aber trotzdem sehr 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 geil. Gerade bei dem Event mit den Outcasts hat sich die Welt so lebendig angefühlt. Und ja, das ist eine wirklich sehr willkommene Neuerung. Auch eine willkommene Neuerung ist, dass wir die Drohnenpräsenz, also die generelle Drohnenpräsenz auf Aurora deaktivieren können. Das deaktiviert nicht die missionsrelevanten Drohnen, aber die Drohnen im, ich nenne es mal im freien Spiel. Und das ist doch schon ziemlich geil, weil die können einem schon so das ein oder andere Mal ganz schön auf den Keks gehen. Zu den Drohnen gibt es auch noch eine geile Änderung, aber dazu später mehr. Wir können hier auch die Azrael-Patrouillen, die können wir deaktivieren. Und ganz ehrlich, das ist doch echt ein, das ist ein Geschenk der Götter, der Götter bei Ubisoft. Denn, also, ich weiß nicht, die Azrael-Drohne, die hat halt echt nichts, also wirklich so, für mich persönlich nichts zum Spielgefühl beigetragen. Also nichts Positives. Die war halt einfach nur nervig. Und ja, dass wir die jetzt deaktivieren können, ist echt richtig, richtig geil. Die Helikopter-Patrouillen, die können wir auch deaktivieren, aber die stören mich tatsächlich gar nicht so sehr. Also die werde ich auf jeden Fall anlassen. Ich werde wahrscheinlich auch die Drohnenpräsenz anlassen, aber die Azrael-Drohnen werde ich deaktivieren, denke ich. Bei den benutzbaren Items gibt es auch ein paar geile Änderungen. Und zwar können wir jetzt C4 und Minen, das wir irgendwo in der Welt platziert haben, endlich aufheben. Ich sage das, glaube ich, schon seit Beginn des Spiels. Wenn ich irgendwo Minen hinlege, dann will ich die nachgetaner Arbeit, will ich die nicht ausgelösten Minen auch wieder aufheben. Oder auch C4. Ich habe schon so oft C4 irgendwo hingeklatscht, wo ich es eigentlich gar nicht hinhaben wollte. Und konnte es halt einfach nicht mehr aufheben. Aber das können wir jetzt endlich und das ist richtig, richtig geil. Außerdem können wir Granaten jetzt abkochen. Was auch echt eine sehr willkommene Neuerung ist. Denn es ist mir schon so oft passiert, dass ich eine Granate in eine Gruppe von Gegnern geworfen habe. Und die einfach alle komplett aus dem Explosionsradius rausgesprungen sind und keiner gestorben ist. Aber durch das Abkochen können wir dem jetzt sehr effektiv entgegenwirken. Und das feiere ich ein bisschen. Und was ich auch ein bisschen feiere, ist, dass wir ein neues Ablenkungs-Item bekommen haben. Und zwar können wir zusätzlich zum Ablenkungsköder jetzt auch eine Kugel werfen. Beziehungsweise eine Kugel Hülse, die dann nicht direkt eine ganze Gegnergruppe anlockt, sondern nur einzelne Gegner. Oder ich glaube maximal zwei. Das habe ich noch nicht so genau ausprobiert. Aber auf jeden Fall laufen nicht mehr alle Gegner im Hörradius zu diesem Punkt, sondern nur einer. Und das ist auch sehr, sehr geil. Und weil das noch nicht genug ist, was die Items angeht, haben wir auch noch zwei neue Slots im Itemauswahlrad spendiert bekommen. Und die Slots im Itemauswahlrad, die sind jetzt auch nicht mehr nach aktiven und passiven Items gruppiert. Sondern wir können jedes Item in jedem Slot machen. Wir können, wenn wir wollen, können wir auch die Spritzen oben hin machen, Granaten unten. Vorher ging das ja nur umgekehrt. Und ja, das ist auch sehr geil. Wir können uns endlich so ausrüsten, wie wir es für richtig halten. Außerdem auch etwas, was ich schon haben möchte, seit der Immersive Mode ins Spiel gekommen ist. Und zwar können wir einstellen, dass Spritzen keine Verletzungen mehr heilen, sondern dass wir die Verletzungen immer mit Bandagen behandeln müssen. Und die Spritzen füllen nur verlorene Lebenspunkte auf. Finde ich mega geil, weil es war auch echt ein bisschen immersionsbrechend, wenn wir uns eine Spritze in den Arm gejagt haben. Und dann plötzlich unsere Schusswunden an den Beinen einfach so verschwunden sind. Das war ein bisschen seltsam. Das können wir jetzt einstellen, dass dem nicht mehr so ist. Sehr geil. Immersive Mode ist auch ein gutes Stichwort, denn wir können jetzt nur im Immersive Mode Waffen direkt an den Kisten zerlegen. Vorher konnten wir im Immersive Mode gar keine Waffen zerlegen. Jetzt können wir in einer Waffenkiste am Computer die Taste F drücken, um die Waffe aus der Kiste direkt zu zerlegen und die Materialien daraus zu bekommen. Und das feiere ich glaube ich am allermeisten von diesem Update, denn bei den normalen Waffenkisten sieht man ja, dass es eine Waffenkiste ist. Und auch bei den Nicht-Waffenkisten, also bei den langen weißen Kisten, da sieht man auch, dass da keine Waffe drin ist. Aber bei den kleinen Kisten, da kann vor allem bei diesen bunten Kisten und bei diesen, ja, bei diesen Inka-Kisten oder was das ist, bei denen kann immer mal eine Waffe drin sein. Und man kann es, wenn man ohne Hut spielt, halt einfach nicht wissen, ob da jetzt eine Waffe drin ist oder nur Materialien oder vielleicht sogar das Geldkredit. Und durch dieses neue Feature können wir bei jeder Kiste einfach einmal die F-Taste drücken oder halt die entsprechende Taste am Controller. Und wenn da nichts passiert, können wir ganz getrost einfach E drücken, ohne Angst haben zu müssen, dass wir plötzlich die Waffe wechseln. Und zudem bekommen wir auch noch Zugang zu mehr Materialien. Ich werde zu einigen dieser Änderungen übrigens auch noch separate Videos machen. Also lass mir auf jeden Fall ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn diese Videos online kommen. Aber zurück zu den Waffen. Bei den Waffen können wir jetzt im Gunsmith die Farbe auffrischen. Mit der Zeit, wenn man eine Zeit lang spielt, dann wird die Waffe ja mit der Zeit ein bisschen verkratzt und verdreckt und so weiter. Und wenn man das nicht mag, kann man einfach hier im Gunsmith die Farbe erneuern und da sieht die Waffe wieder fabrikneu aus. Bei den taktischen Einstellungen gibt es auch noch eine sehr, sehr, sehr geile Neuerung. Und zwar nennt sich die Funktion Dunkelste Nacht. Und wenn ihr Dunkelste Nacht aktiviert, dann wird die Nacht richtig geil dunkel. Bisher war es ja immer so, dass weil auf Aurora irgendwie immer Vollmond ist, dass die Nacht immer eigentlich fast so hell beleuchtet ist wie der Tag. Und deshalb war Nachtsichtgerät und auch Wärmebild war eigentlich nie wirklich notwendig. Und mit aktivierter Dunkelste Nacht Funktion haben Nachtsicht und Wärmebild endlich einen Sinn. Und ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war, aber ich glaube die Gegner haben auch ein paar neue Reaktionen gelernt. Und zwar ist mir aufgefallen, wenn wir jetzt mit einem Fahrzeug irgendwo beim Gegner vorbeifahren und der sieht uns nicht, aber er hört das Fahrzeug. Und dann sagen die sowas wie, wer fährt dieses Fahrzeug oder wer ist in diesem Fahrzeug? Und das ist sehr geil. Und manchmal rufen die uns dann auch hinterher, hey sie, warten sie mal. Oder hey sie, wo wollen sie hin? Weil es ist ja eigentlich Ausgangssperre auf Aurora. Außerdem können wir die Item Shader deaktivieren. Item Shader ist dieses Aufblinken von sammelbaren Items. Und auch von Truhen, die wir öffnen können. Ich werde das aktiviert lassen, weil ich nicht zu jeder einzelnen Truhe hingehen möchte, um dann festzustellen, oh das war nur einmaliger Loot. Aber auf jeden Fall sehr geil, wenn ihr Cinematics aufnehmt oder sowas. Sehr geil. Macht das Ganze ein bisschen realistischer. Maria in Ere One hat auch einen neuen Trick gelernt. Und zwar kauft sie jetzt Ressourcen in Massen an. Das heißt wir müssen nicht mehr, wenn wir gerade ein paar Scale Credits brauchen, jede Pflanze einzeln verkaufen, sondern wir können die direkt in Massen verkaufen. Was uns das Leben dann doch schon sehr erleichtert. Apropos erleichtern, es gibt jetzt für Spieler, die mit Controller spielen, auch Einstellungen fürs Aim Assist. Übrigens noch etwas zum Waffenrat und zum Befehlsrat. Die Slots können jetzt auch per Tastendruck ausgewählt werden und müssen nicht mehr durch eine Bewegung der Maus aktiviert werden. Und zudem gibt es auch eine Extra-Taste, mit der man direkt das Befehlsrat öffnen kann. Das ist standardmäßig am PC die Komma-Taste. Dadurch können wir zum Beispiel unser Voice-Attack-Profil nochmal einen Schritt schneller arbeiten lassen. Und außerdem macht es dann auch nichts mehr aus, wenn wir, nachdem wir einen Befehl gesagt haben, uns noch mit der Maus umgucken. Mein aktualisiertes Voice-Attack-Profil für diese neue Mechanik, das kommt wahrscheinlich die nächsten Tage per E-Mail an alle, die das Voice-Attack-Profil schon angefordert haben. Und ansonsten, wenn ihr nach der Änderung des Voice-Attack-Profils das Profil anfordert, dann bekommt ihr schon direkt die neue Version. Oder vielleicht packe ich auch beide Versionen in die ZIP-Datei. Schauen wir mal. Für die Leute, die Raid spielen, gibt es jetzt auch noch eine Hardcore-Version des Raids und eine einfache Version des Raids. Mich persönlich juckt das nicht, weil ich den Raid eh nicht spiele und deshalb die ganze Zeit auch auf die Raid-exklusiven Items verzichten musste. Aber nicht mehr ganz, denn mit dem Update, das kommt, können wir auch Solo auf Golem Island reisen und dort extra dedizierte Missionen machen, die uns auch teilweise Raid-Belohnungen versprechen. Zusätzliche Raid-Belohnungen gibt es jetzt auch über die Klassen-Level, über die Klassen-Progression. Jede Klasse kann jetzt bis Level 20 gelevelt werden und bei den Levelen zwischen 10 und 20 gibt es ungefähr alle zwei Level ein vorher Raid-exklusives Item auch für Nicht-Raid-Spieler. Dadurch kommt wieder ein ganzer Haufen, ja, Pseudo-Content rein. Aber ich feiere das, denn Herausforderungen hat Ghost Recon Breakpoint meiner Meinung nach echt zu wenig. Und dadurch haben wir nochmal pro Klasse, wie viel sind es jetzt? Sieben Klassen oder so? Sind es sieben? Ja, ich glaube es sind sieben. Ich habe es jetzt gerade, während ich das aufnehme, nicht vor mir. Aber ich glaube es sind sieben und dann nochmal zehn weitere Klassen-Level sind dann nochmal 70 Herausforderungen. Das ist richtig geil. Auch richtig geil ist, dass Gegner jetzt nachladen müssen. Vorher konnten die Gegner ja einfach immer schießen und schießen und schießen, mussten nie nachladen, wie so ein Western-Held im Kino. Aber jetzt müssen die Gegner mit Sturmgewehren, ob das auch andere Waffen betrifft, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die mit Sturmgewehren müssen nachladen. Was uns dann entsprechend die Gelegenheit zum Gegenangriff gibt. Ist wirklich sehr geil, bringt wieder einen Haufen mehr Realismus rein und mehr Realismus ist auf meiner Karte immer gut. Was ich allerdings nicht so gut finde, ist, dass die Gegner jetzt auch länger brauchen, um einen zu entdecken. Das hängt von der Distanz zwischen dem Spieler und dem Gegner ab und auch von der Alarmstufe hängt es ab. Aber ich finde es halt echt nicht gut, weil ich fand das Spiel vorher schon zu leicht. Aber ich bin vielleicht auch kein Maß, vielleicht bin ich auch einfach mittlerweile zu gut in dem Spiel. Und ich habe tatsächlich von vielen Leuten gehört, dass sie das Spiel zu schwer finden. Ich persönlich finde es selbst auf Extrem und mit maximalen Immersionseinstellungen zu leicht. Aber ich bin, wie gesagt, vielleicht auch kein Maß dafür. Ja, Gegner brauchen jetzt auch länger, um zu kommunizieren. Das heißt, das Schleichen wird einfacher. Und apropos Schleichen, wenn die Gegner euch noch nicht entdeckt haben, dann verursachen eure Waffen auch mehr Schaden. Finde ich auch ziemlich kacke. Weil, ja, das ist halt irgendwie ein bisschen, das ist halt unrealistisch. Ich habe da schon bei Wildlands gehasst, dass solange man nicht entdeckt wurde, den Gegner in den Fuß schießen konnte und sie damit umbringen konnte. Und, ja, also, ich finde das doof. Aber keine Sorge, bei Breakpoint gibt es weiterhin keine One-Shot-Kills, sofern man nicht in den Kopf trifft. Aber nochmal dazu, dass die länger brauchen, um zu kommunizieren. Was ist damit gemeint? Und zwar ist damit gemeint, dass, wenn ihr entdeckt werdet, dann rückt euch nicht sofort die komplette Basis auf den Leib, sondern ihr habt noch ein etwas längeres Zeitfenster, bis diese Soldaten oder bis diese Gegner eure Präsenz an ihre Kollegen kommuniziert haben. Ist realistischer? Und ich habe ja schon gesagt, mehr Realismus ist auf meiner Karte immer gut. Aber es macht das Spiel halt nochmal wieder ein bisschen leichter. Ich hätte gerne Optionen gehabt, keine Ahnung. Von mir, es könnten auch alles One-Hit-Kills sein. Also, wenn den Gegner mich treffen. Aber, hm, ja, gut. Ich bin halt kein Maß. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen sadistisch, das weiß man nicht so genau. Eine Änderung, die das Spiel ein bisschen einfacher macht, finde ich allerdings gut. Und zwar ist, dass der gegnerische Mörser weniger genau schießt. Er hat ja immer lasergenau auf die Spielerposition getroffen und jetzt trifft er wohl weniger genau. An den Drohnen in den Lagern gibt es auch ein paar Änderungen. Und die sind ein absoluter Gamechanger. Also, sofern man die Drohnen nicht in den Welteinstellungen deaktiviert hat. Und zwar fallen die Drohnen in den Lagern oder generell die Flugdrohnen, wenn die abgeschossen werden, fallen jetzt senkrecht nach unten und fliegen nicht mehr irgendwo in die Wallachei und explodieren dort. Dadurch kann man auch ohne diese EMP-Pistole von der Echelon-Klasse Drohnen ausschalten, ohne direkt das komplette Lager in Alarmzustand zu versetzen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut für Schleich-Gameplay. Und ich liebe Schleich-Gameplay. Die kleinen fahrenden Drohnen, also nicht die Behemoth-Drohnen, sondern die von der Größe von der Amon-Drohne, die fahren jetzt auch ein bisschen langsamer. Die Flugdrohnen fliegen, glaube ich, auch ein bisschen langsamer und bleiben zwischendrin öfters mal eine längere Zeit stehen, damit man auch eine Chance hat, sie zu treffen. Was ja immer ein sehr großes Problem war, vor allem bei den Murmurs. Und ja, dadurch hat man jetzt generell auch bessere Chancen beim Kampf gegen Drohnen, wie gesagt, solange man sie in den Welteinstellungen nicht deaktiviert hat. Wobei die Deaktivierung in den Welteinstellungen ja nur die Drohnen außerhalb von Missionen betrifft. Ich werde, wie gesagt, die nächsten Tage und oder Wochen zu einzelnen Neuerungen dieses Updates einzelne Videos machen. Also, wie gesagt, abonniert meinen Kanal und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das Update findet. Also ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr geil. Ist zwar kein Jahr 2, aber es ist wirklich ein richtig, richtig geiles Update. Und ich freue mich riesig. Und ich habe das ja schon eine Weile gespielt jetzt. Ich konnte es sogar schon die ganze letzte Woche spielen. Und ja, das ist direkt ein komplett anderes Spielgefühl. Also mir macht das Spiel jetzt gleich nochmal doppelt so viel Spaß. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Gebt ein Like und schaut ihr auf jeden Fall hier links meine Videoreihe an, in der ich zeige, wie du die maximale Immersion in Ghostric und Breakpoint erleben kannst. Oder einfach hier rechts mein aktuellstes Video. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Ich freue mich auf euch.